Ein wild gewordener Büffel lief frei in einer thailändischen Stadt umher und stiftete dabei einiges an Chaos. In Chiang Mai randalierte der entflohene Büffel auf den Straßen. Dabei verletzte das Tier drei Menschen. Als der Büffel schließlich in ein Baustellenloch gefallen war, konnte ein Tierrettungsteam ihn einfangen. Das Tier wurde mit Betäubungsmitteln beruhigt, um es mit einem Kran aus dem Loch heben zu können. Der Besitzer des Lastwagens, von dem der Büffel geflohen war, möchte nun für die Schäden aufkommen.